Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Retro and Future. Ich bin der Steffen und heute gibt es wieder ein ganz kurzes Video zum Thema Preise bei Tesla. Was mir heute Morgen auf der Tesla Seite entgegengesprungen ist, hat mich wirklich geschockt und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Nein, ihr seid nicht in der Zeitschleife gefangen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ihr habt das Video eventuell schon gesehen, das ich euch jetzt zeige, aber das Ganze geht noch weiter. Und zwar, ich werde euch zeigen, was ich meine. Am 10.3., also vor 6 Tagen, habe ich ein Video online gesetzt mit den Preiserhöhungen bei Tesla, bezogen auf das Tesla Model 3. Und da könnt ihr sehen, was ist denn damals passiert. Wir hatten Preise, die hier beim Standard Range bei 42,99 waren, hat sich nicht verändert. Beim Model 3 Long Range und beim Performance sind wir jedoch beides mal um 3.000 Euro nach oben gegangen. Man kann hier also auf der rechten Seite auch sehen, ja was sind denn jetzt die aktuellen Preise und so sah es dann eben am 10.3. am Morgen auf der Tesla Homepage aus. Also anstatt 51,99 zahlen wir jetzt 54,99 für das Long Range und anstatt eben, sagen wir jetzt mal 56.000 Euro, zahlen wir 59.000 Euro für das Performance. Da haben natürlich alle gedacht, so wow, jetzt hat Tesla mal wieder einen rausgelassen und bei den Preisen bleibt es jetzt mal eine Weile. Ich habe auch in dem Video letztes Mal schon gewarnt, dass alle Indikatoren zeigen, dass die Preise weiter steigen werden. Wir haben Inflation, wir haben steigende Rohstoffpreise, wir haben eine riesig steigende Nachfrage, auch wegen den teuren Benzinpreisen momentan. Andere Hersteller können nicht so viel liefern, wie sie wollten. Also alles zeigt in die Richtung, dass die Preise weiter steigen werden. Und heute Morgen schaue ich auf die Homepage und falle fast zum Hocker. Und zwar, was ich da gesehen habe, könnt ihr jetzt hier sehen. Ich habe mal die alte Tabelle nochmal so gelassen mit diesem 3.000 Euro Sprung und ihr könnt sehen, das Standard Range blieb wieder gleich. Natürlich zum Glück, auch wegen der Förderung, aber der Long Range ging nochmal um 2.000 Euro hoch und das Performance nochmal um 3.000 Euro. Das bedeutet, das Performance hat jetzt eine Preiserhöhung erfahren in der letzten Woche von 6.000 Euro. Also wir zahlen für das Long Range 57.000 Euro, kann man sagen. Da kommt dann immer noch 1.000 Euro Überführung und so dazu, aber egal. die 57.000 Euro und für das Performance zahlen wir 62.000 Euro. Unglaublich. Und jetzt ist natürlich auch der Abstand zwischen dem Standard Range und dem Long Range und dem Performance riesig. Also vom Standard Range zum Long Range haben wir hier also 14.000 Euro Unterschied und zum Performance sind es 19.000 Euro Unterschied. 19.000 Euro. Ich denke, das wird für viele die Entscheidung noch leichter machen und eventuell zum Standard Range greifen, denn wenn man nicht die Mega Performance braucht, kann man mit dem Fahrzeug sehr gut leben. Auch die Reichweite ist gut und mit diesem LFP Akku, den man zu 100% immer laden kann, hat man auch immer eine sehr gute Reichweite, weil beim Long Range und bei Performance sollte man nur 80% laden, wenn man nicht auf Langstrecke geht. Also generell ist das Standard Range dadurch noch attraktiver geworden, weil im Endeffekt die Einbußen, die man hat zu den anderen Versionen, ist natürlich zum einen die Power. Beim Performance hat man natürlich noch die Bremssättel, den Spoiler und die schönen Felgen. Und beim Long Range hat man eben die größere Batterie und auch das bessere Soundsystem bei beiden hier. Aber generell ist auch das Model 3 Standard Range ein super Fahrzeug und von der Performance mit 6,1 Sekunden von 0 auf 100 natürlich auch klasse. Absolut keine lahme Gurke. Also deswegen glaube ich, dass mehr und mehr Leute zum Standard Range greifen werden. Auch wenn, wie ihr hier oben sehen könnt, beim Standard Range auch schon Februar 2023 als Auslieferdatum steht. Und wenn man die Standard Felgen nimmt, die jetzt hier abgewählt waren, dann ist man glaube ich sogar schon bei Mai. Also über ein Jahr Wartezeit für das Model 3 Standard Range. Im letzten Video habe ich gesagt, aus meiner Sicht solltet ihr, wenn ihr einen Long Range oder einen Performance wollt, bestellen. Denn die Preise können nur nach oben gehen. Das ist jetzt natürlich ein heftiger Schritt. Nichtsdestotrotz denkt dran, wenn ihr euch bei Tesla ein Auto bestellt, ihr zahlt ja nur 100 Euro an. Und ihr könnt dann die Bestellung on hold setzen, zum Beispiel für ein halbes Jahr oder ein Jahr und könnt ihn dann eben abnehmen. Und so sichert ihr euch auch den Preis. Also auch ganz wichtig für die, die ein Fahrzeug schon bestellt haben, der Preis, der zu eurer Bestellung gegolten hat, ist auch der, den Tesla aufrufen wird, wenn ihr das Fahrzeug dann abruft. Kann natürlich sein, wenn ihr so ein Fahrzeug für ein oder zwei Jahre on hold setzt, dass Tesla irgendwann sagt, okay, du kannst die Bestellung on hold lassen, aber wir erhöhen jetzt den Preis. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich habe ja gesagt, ich habe in einem vorherigen Video die Gründe erwähnt. Hier seht ihr die Slide mit den Gründen. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Und da könnt ihr euch eben nochmal in Ruhe anhören, warum ich glaube, dass Elektrofahrzeuge noch teurer werden. Und hier sind eben verschiedene Gründe, auf die ich genau eingehe. Könnt ihr euch in dem Video hier oben nochmal anschauen. Also, das soll es schon gewesen sein. Ich bin geschockt. Ich hoffe, ihr habt euren Tesla Model 3 schon bestellt, wenn ihr einen wolltet. Wenn nicht, für Long Range und für Performance wird es jetzt nochmal teurer. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Fahrzeuge sind gut, die sind ihren Preis wert. Und die Lieferzeiten sind zumindest beim Long Range mit anderen Felgen oder einer anderen Farbe und beim Performance nicht so lang. Beim Standard Range wird es natürlich langsam heftig. In dem Fall, macht es gut, bleibt gesund, schaut da wieder rein. Euer Steffen von Retro and Future. Bis dann. Ciao. Bis dann.